So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Reihe, die ich einfach mal beginne. Da hatten uns unsere Zuschauer beim Stream auf die Idee gebracht, übrigens immer eine Reise wert, unser Stream. Wir versuchen das regelmäßig einzurichten auf Twitch. Und zwar wurde da, naja, im Laufe des Gesprächs vorgeschlagen, eine kleine Retro-Runde zu machen, alte Audio-Games auszubuddeln, um mal zu prüfen, laufen die denn noch und macht das immer noch Spaß? Das werden wahrscheinlich kleine Folgen. Ja, ich weiß, dass diese Folge nicht länger als 10 Minuten werden wird, glaube ich, denn wir spielen eine Runde River Raiders, wie das Intro uns gleich auch nochmal sagen wird. Worum geht es da? Wir sind Schatzjäger in einem Fluss, Schrägstrich Meer, Schrägstrich Ozean, Schrägstrich Teich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und wir sammeln Münzen ein. So, so leicht, so toll. Allerdings gibt es dort Geister- und Seeungeheuer. Ich wusste das gar nicht mehr, dass es Seeungeheuer gab, die uns davon abhalten wollen, so ist es richtig, die schönen Schätzchen einzusammeln. Und ja, dann werden wir, wenn wir nicht aufpassen, weggesnackt. Und weil das noch nicht schwierig genug ist, müssen wir auch noch auf unsere Atemluft aufpassen. Ja, ja, ist alles nicht so leicht in dem Leben eines Schatzjägers. So, das Level, also jedes Spielchen dauert fünf Minütchen, wenn ich das richtig erkannt habe. Ich habe eine Testrunde gespielt, wegen der Lautstärke. Ich hoffe, ich hoffe, das passt so. Ja, wenn nicht, dann hört ihr jetzt nochmal eine Stimme und gleich das Spiel. Das ist sehr laut, zumindest das Intro, aber keine Sorge. Die Musik im Spiel selbst, die kann ich leiser machen. Ich hoffe, das Spiel hat sich das gemerkt. Ich glaube, es ist von 2014 im Übrigen. Also, ähm, schon etwas älter, aber es läuft. Auch auf einem aktuellen Laptop, äh, ja, habe ich getestet und geht. So, dann, es hat keine Desktop-Verknüpfung gemacht. Also, dann machen wir das mal so auf. Main Menu. So, Main Menu. Wir gehen das mal kurz durch. Start Game. View Local Scores. Clear Local Scores. Test Speakers. Learn Game Sounds. Exit. Ja, gut. Little View Start Game. Das war's. Kann ich auch hier die Musik langsam machen? Ach ja, auch cool. So, prima. Dann hätten wir das. Dann sollte es von der Lautstärke wirklich passen, denke ich. Mal sehen. View Start Game. So, ich würde sagen, wir tauchen mal ab. Your time starts now. Is it your time? Let's go. Ja, die Münzen. Und die sammeln mal. Ah. Geil. Jetzt sieht man sich ganz aus. Prima. Oh, da ist ein Geist. Geh weg. Oh Gott. Nein. Ich will nicht spielen, der Geist. Geh weg. Ich kann dir... Äh. Ich kann nicht mehr tauchen. Äh. Äh. Ich. Ah. Ach so. Ich hab ein Bonus-Item übrigens gesammelt. Cool, oder? Ja. 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 So. Wir haben ja Luft. Oh. Oh Gott. Da ist auch ein Geist. Kann ich mir dann wegschümmen? Ja. Okay, das geht. Geil. 4 Minuten left. 4 Minuten. Okay. Geil. 4 Minuten. Dauer. Oh Gott. Oh. Ich glaub wir wurden weggesnackt. Aua. Aua. Äh. Ähm. Ähm. So annoying. Oh. Ich kann hier sehen, wie ich munching in der Background. Oh, da ist mein Trott, ist es? Ja. Ja. Nein. Oh, das ist laut. Oh, ja, ja. Also Das ist ja verrückt Danke, geil Ja Also das war's Nein, wir machen noch ein Ründchen Da bin ich doch weggesnackt worden Ja, ich finde es ein bisschen schwierig Die Monster zu hören Auch die Geister teilweise Weil das Wasser im Hintergrund Doch recht laut ist Ich glaube, wenn du tauchst Dann wird's leiser Glaube ich, weiß ich nicht Also ihr habt's gehört, Freunde Das war ein Monster Und wir sind tot Okay, dann versuchen wir es nochmal Wenigstens unseren eigenen Highscore zu knacken Ihr habt's gehört, online gibt's leider keine Highscore-Liste War damals noch nicht so populär Scheinbar, na gut Start, your time starts now Five minutes left Los Gib mir Münzen Es ist ein Geist Nein, nein, nein Geh weg Geh bloß weg, du blöder Geist Oh Gott Das war klar Geh bloß weg, jetzt da Hilfe 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 Oh nein Ach, verdammt Ja, ich konnte Leider nicht Da war ein Geist Ja, ja Ja, komm Scheiße Das war ja Das war ja Oder ich bin richtig schlecht. Ich vermute letzteres tatsächlich. Ja, ein Röntgen. Komm. Ist mir jetzt egal. Minzen. Oh Gott. Das ist ein Geist, Alter. Was macht denn der hier? Oh Gott. Fuck it. Ich bin ganz am Rand. Monster Super Madness. Monster Super Madness. Wow, das ist ein Rekord. Das ist ein Rekord. Do you still hear me? Oh Gott. Aye, aye, aye. Okay, go. Five minutes left. Ich bin ganz am Röntgen. Ich habe einen Befehl. Ich habe einen Befehl. Ich habe einen Befehl. Wenn du dich nicht sehen kannst, ich bin ein Befehl. Ich bin ein Befehl. Ja, ja, chill, chill, chill Luft, Luft, Luft Ja, 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 ich komm da Chill, 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 chill Chill, chill, chill Das ist ein Geist, oder? Okay, geil Geist, geil, geil, geil Geister, scheiße Ich steh nix auf, wer ist da vorne? Noch nie Geh weg Hab echt gut gemacht das Spiel, muss man schon sagen? 3 Minuten left Ja, ja Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Geh so noch Oh ja, halt's Maul Oh Gott Oh 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 Da war doch schon wieder ein Geist Da war doch schon wieder ein Geist Oh Oh Jetzt wär's mir egal Durchtauchen Ja Dumm Okay Er hat mich gesnackt Aua Ah 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 Massage Ja Oh 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 Aber war nicht schlecht die Runde jetzt Oh Oh So Wie viele haben wir? Sag mir Komm Jawohl 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 Spiele ihr gerne mal nochmal angetestet haben wollt Einfach für die guten alten Zeiten Ich mochte diese Spiele früher sehr sehr gerne Immer noch Hat immer noch ein bisschen Reiz finde ich Ähm Einfach weil es auch atmosphärisch wirklich gut gemacht ist Und ähm Ja Schreibt doch gerne mal eure Highscores rein Ne Könnt ihr gerne machen Ähm Würde mich sehr freuen Lasst ein Like da Bis dann 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 i